hey freunde was geht ab wir testen heute mal die silver fountains von nico feuerwerk gekauft habe ich die bei pyroweb für knapp 4 euro fünf stück sind in der packung drin jede fontaine hat 25 gramm nem ist ein f2 artikel und effekt technisch denke ich mal dass die 1000 silber taler sein nur halt als stangen variante es gibt ja diese 1000 silber taler als dicken zylinder und hier haben wir die stangen variante schauen wir uns draußen mal ein paar von den teilen an bis gleich draußen zur zündung so freunde jetzt im fest die ja was war es denn die silber star fonden im fünfer paket wird sind mal drei für euch zuerst eine gemacht wie sagt es mir diese 1000 silber taler ja sehr schön muss ich sagen so machen wir die zwei noch angekommen die wird noch zur rufe kannst du mal du kannst dein zuerst an machen ich habe fast das hier drücken einmal also ich muss sagen ich würde sie mir wiederholen für den preis kann man es euch mal machen also freundlich macht's gut bis zum nächsten video